Hallo, du musst Lilith sein. Ich bin die Greta. Ich freue mich so, dass du hier bist. Da reden wir in einer Woche nochmal drüber. Herzlich Willkommen. Ist grad schlecht. Erkältung. Oh, danke für die Warnung. Herzlich Willkommen in Birkenbrunn. Du musst die Lilith sein. Oh Mama, Vorsicht, Lilith hat die Krippe. Ich bin die Sybilla. Es ist aber schön, dass du da bist. Das freut uns. Danke sehr. Ui, la la, Gesundheit. Du, mein Mann baut das beste Obst in ganz Birkenbrunn an. Damit kriegen wir dich ganz schnell wieder gesund. Ja? Und sag mal, magst du mich Mama nennen? Oder Sybille? Bitte was? Ja, wieder noch.